Befort die Hände hoch oder bist du tot. Hände hoch oder bist du tot. Ey. Einfach Hände umlassen. Was wolltest du hier? Aus welcher Gruppierung bist du? Ich bin von IMD. Ich bin von IMD. Was ist mit dem Typen? Was machst du schon wieder? Ich bin beim Haus gelandet. So, die Kommunikation ist natürlich jetzt weg. Maffo liegt hier. Da hat er die Kampf weggenommen, ja. Hast du es verstanden? Selbstverständlich habe ich es verstanden, ja. Ja, weil du redest ja nicht. Du redest ja mit mir nicht. Du willst ja was von mir. Tanzt die ganze Zeit um mich herum. Ja, ich muss noch auf jemanden warten. Ja, dann rede doch mit mir. Dann sag doch, hey, ich warte auf jemanden. Fünf Minuten ist ein bisschen übertrieben. Ja, ich warte nur auf jemanden. Ja, aber was willst du denn von mir überhaupt? Ich verstehe gar nicht, was du von mir möchtest. Ja, zu mir wurde im Funk gesagt, ich soll kurz hier hin. Ich bin nur der Depp, der alles macht, weißt du? Der Depp vom Diebst. Ja, aber wie im Funk wurde gesagt, was möchtest du denn von mir? Ja, dass du jetzt erst mal die Hände umlässt, bis dein Boss hier ist. Bis dein Boss da ist, okay. Und was will dann dein Boss von mir? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, bin ich ehrlich. Oh, so. Das weißt du nicht. Nee, dann warten wir mal auf dein... Nein, wir warten auf dein Boss. So viel Zeit habe ich. Kein Problem. Braucht doch nicht so rumtanzten. Wie gesagt, brauchst du auch nicht so rumtanzten. Es kommt hier keiner. Weil es ist auch nichts zu ruhig. Ja. Also ganz ganz ruhig sein. Ja, sagst du, das würde ich auch an der Stelle mal sagen. Weißt du, also wenn einer von meinen Leuten kommen sollte, dann hast du die Freigabe mir in den Kopf zu schießen. Wie gesagt, es kommt keiner. Von dir aus habe ich die Freigabe. Wenn einer von meinen Leuten hierher kommt, ja. Okay. Aber wie gesagt, es kommt keiner. Gut. Dann können wir ja quatschen, oder? Von welcher Gruppierung bist du denn überhaupt? Ja, ich bin von MF, aber ich gehe da, das trennt sich jetzt gleich bald. Was? Okay. Ja, ja, da sind alle Spastis. Ja, da sind wir jetzt schon unter uns. Und wo gehst du dann hin? Hallo? Ja. Ich glaube, du hast ein kleines Laufproblem. Ich glaube, du hast gesagt, wenn einer von deinen Kollegen kommt, dann können wir schießen, oder was? Dich erschießen, habe ich gehört. Bist du der Chef? Ich bin nicht der Chef. Ja, dein Kollege hat gesagt, der Chef kommt. Und er soll hier nur warten. Was hast du denn geladen? Gar nichts. Bist du dir sicher? Ja. Ziemlich. Willst du die Schüssel freiwillig geben, oder? Du knackst auch schon. Schöne knacken. Also, schon fast. Kannst du mal eine Schüssel geben, dann geht es schneller. Dann müsst du auch schneller mehr. Nö, ich habe Zeit. Ich habe mich ja eh schon gefühlt zehn Minuten warten lassen, bis mal einer von euch kommt. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ja, mach ruhig auf und rein. Ja, ich hoffe, das reicht. Ja, mit Sicherheit. Das reicht mit Sicherheit. Ich habe gehört, ihr seid alle Spastis. Wer hat das gesagt? Ja, dein Kollege. So, tut mir leid. Ein Problem. Du kannst nicht mehr. Ey, 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 weg, weg, weg. Hau ab hier. Er hat doch angefangen. Er darf doch. Was ist mit dir? Ich darf doch. Sag mal, ich konnte doch dafür nicht. Ja, eben. Nein, du bist ja. Das ist ja ein Problem im Kopf. Ich bin letztes Punkt. Genau. er hat angefangen hatte kopfproblem aber du bist letzte position gespawnt alles klar dann darfst auf jeden fall passt ja ja das bin ja hier gerade weil ich stand ja gerade neben die ich weiß ich weiß ich habe mir geredet alles kurs wegen selbst mein eigener boss weiß ich weiß ich habe ja gerade gefragt ob der chef da ist mein papa das ist mein vater das ist ein vater pflege sind ich bin der pflege gibt also frage ehrlich kann sie fragen ich glaube ja ich habe so eine kleine behinderung so deswegen hat er mich aufgenommen der ist ja nicht schlimm ja eben und ich auch nicht alles los klappt jetzt oder immer noch eingebaut hier panzerstufe nur zwei habe ich gemacht mehr ist es ja nicht der ist ja eindeutig sich von dem panzerklager oder kommen am er bestimmt elektro verkauft und zahlt jetzt ein er ist nichts drin er ist nichts drin er ist nicht hier links von mir alles klar ich habe kein problem aus ich nehme meine hände jetzt runter nicht schießen danke ja ja nimm runter perfekt danke